Mit Space Hulk Tactics erscheint heute, am 9. Oktober, eine PC-Umsetzung des Brettspieles Space Hulk aus dem Warhammer 40k-Universum. Diese Space Hulks, das sind riesige Raumschiffwracks, die im Weltall herumtreiben und doch tretet ihr mit Space Marines gegen eure Feinde an. Space Hulk Tactics ist ein runden Taktik-Spiel, erinnert vielleicht ein klitzekleines bisschen an einen X-Com, halt im Warhammer 40k-Universum und im Weltall. In jeder Spielrunde verfügt eure Seite über ein gewisses Limit von Aktionspunkten. Die könnt ihr einsetzen, um eure Einheiten zu bewegen oder um mit ihnen anzugreifen. Zusätzlich habt ihr ein Karten-Deck. Das könnt ihr benutzen, um eure Einheiten im Kampf zu boosten oder um spezielle Attacken durchzuführen oder um eine Karte mal abzuwerfen, um dadurch zusätzliche Aktionspunkte zu bekommen. Es gibt auch einen Editor, mit dem ihr eure eigenen Karten basteln könnt, eure eigenen Levels. Es gibt zwei Singleplayer-Kampagnen und einen Multiplayer-Modus gibt es ebenfalls. Ich werde Space Hulk Tactics selbst nicht als Let's Play zeigen, einfach deshalb, weil mein Programm bereits randvoll ist. Aber für alle, die das Spiel interessiert, euch habe ich einen Community-Gutschein bei Gamesplanet besorgen können für das Spiel. Und zwar einen, der das Spiel, das dort ohnehin schon preiswert verkauft wird, noch einmal um saftige 10%-Punkte im Preis drückt. Der Gutscheincode heißt BULEN BALLERN GERNE und den könnt ihr einlösen über meinen Shop-Link bei Gamesplanet. In der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube, also direkt unterhalb des Videos, findet ihr noch einmal diesen Gutscheincode ausgeschrieben. Den könnt ihr dort kopieren und einfügen beim Kauf über meinen Shop-Link zu Gamesplanet. Den findet ihr dort ebenfalls. Achtung, der Code gilt nur noch bis heute, bis zum Releasetag, also bis zum 9. Oktober einschließlich. Der Shop-Link ist ein sogenannter Affiliate-Link, das heißt, falls ihr dort einkauft, dieses Spiel oder irgendeinen anderen, dann unterstützt ihr damit indirekt auch meine Projekte, weil ich aus der Tasche des Händlers, nicht aus eurer Tasche, eine kleine Provision bekomme. Falls ihr ins Weltall aufbrechen möchtet, dann wünsche ich euch eine gute Jagd. Bis zum nächsten Mal.